In der heutigen Zeit stehen Hersteller und Händler im direkten Wettbewerb mit den Online-Giganten. Es geht nicht mehr nur um eine notwendige Digitalisierungsstrategie, sondern um eine Überlebensstrategie. Um auch in Zukunft zu bestehen, ist es notwendig, ihren Kunden über jeden Touchpoint ein hervorragendes Einkaufserlebnis anzubieten. Doch ist die eigene ERP- und IT-Infrastruktur oftmals mit den Anforderungen des modernen Digital Commerce überfordert. Natürlich können Sie über ein Labyrinth an Schnittstellen versuchen, Ihre eigene Infrastruktur, bestehend aus vielen verschiedenen Modulen, einzelnen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und Individualanpassungen aufzubauen. Oder Sie tauschen Ihre ERP-Lösung aus und nehmen die enormen Budget- und Zeitaufwände in Kauf. Aber gerade wenn Sie schnell im digitalen Handel wachsen möchten, entwickeln sich solche Modelle oftmals zu kostenintensiven und unflexiblen Lösungen. Wie Sie konkurrenzfähig bleiben und Ihre Kunden über 360 Grad happy machen? Mit der Actindo CoreOne-Plattform haben Sie endlich eine anpassbare Plattform für all Ihre digitalen Prozesse und können wachsen ohne Limits. Erreichen Sie jeden Kunden, von B2B bis zum stationären Einzelhandel. Die moderne API-First-Architektur macht zudem Schluss mit teuren Schnittstellenprojekten. Sie erhalten effiziente Prozesse und Workflows und treffen schneller die richtigen Entscheidungen. Anstatt ungenutzten Datensilos, verfügen Sie endlich über saubere Daten an einem zentralen Ort. Vereinigen Sie ERP und E-Commerce zu einer Einheit. Alle Funktionen für eine erfolgreiche Unified-Commerce-Strategie finden Sie innerhalb unserer zentralen Plattformlösung. Und die gesparten Kosten können Sie endlich investieren in neue Produktlinien, effizienteres Marketing, neue Vertriebskanäle und eine bessere Customer Experience, um Ihre Kunden auf allen Kanälen glücklich zu machen. Actindo. Wir helfen Unternehmen bei der Transformation in digitale Geschäftsmodelle. Made and hosted in Germany. Ausatmen. Ausatmen.